Ja, haben wir im Rekord schon? Ja, alles so. So, jetzt. Die hier ist, wie geht's? Hier, wir kennen uns ohnehin die Schmiss, das ist ein schwerer Platz, man hat dann so im Rekord. Ja. Man hat ein sehr guter Wettbewerb, das ist ein frischer Schmiss, ein Schmilli-Cast zwischen Schmilli-Ungar, ein weltberiemter Balm-Managener, ein Entertainer. Erzählt. Und was, das heißt, einfach in einem Podcast, wenn man noch nicht so viel weiß. Josse Gischtettner, ein Business-Trader, ein Political Commentator, was jetzt hier bekannt ist, schon über 20 Uhr. Und da habe ich dann so ein Zigi-Feed, das sind zwei, als ich zusammensetze, und du, Schmilli, seid heiserig, so, ich will hosten die Show. Und ich will gerne auf Manalags. Und, äh, wann kommst du zurück, Schmilli, noch mal geben? Geheirig, gehijackt am ganzen Sack. Ich stresste auch ein bisschen, weil du hast da so viel zu geben und so viel zu sagen. Es ist wie heibach und wie soll man daran kommen. Du bist eigentlich gesagt, dass du bist ein Business-Strategist. Wenn es dir kommt, dass du das lange wert herst, wirst du dich eigentlich zwischen einem Consultant, einem Coach und einem Strategist? Oh, so sehr simpel. Ein Business-Strategist ist aber ein Mensch, dass eine Company, ein Business, ein Product, Service, Wholesale, Retail auf dem Weg herauf, auf dem Weg herauf. Hast du halt schon tief mitten im Business? Nein, nein, aber da ist eine Idee, es ist eine Tracht. Und er will etwas tun, er will ein Stückchen Analysis. Wie halten jetzt eine Diagnose? Eine Strategie, wie soll ich es gehen weiter? Es stimmt es mit seinem Personality-Budget, mit dem Markt, was does it take? Gehe dir jetzt ein Business-Strategist. Ob es ist ein kleines Projekt, ein, zwei Meetings ist, gehen nicht in die Gange weiter. Ob es ist eine riesige Company, that wants to reshape a lot of stuff. Usually darf es ein Mensch sein ein bisschen im Wald länger, weil du darfst collecten, dass er information, dass er numbers, opinions von dem CEO, dem COO, dem CFO, dem CMO, und auch dem Dinge machen, was das damals geht mit dem Baboos, und man rechnet sich mit dem, und auch dem, was man meint, was in der Strategie, wenn man gewohnt, als der CEO hat das Schitter, was als Asylum-Partner, in dem Schmeckenschappen darf man inkorporieren sein. Das ist eine Strategie, ein Mahalach, ein Blueprint. Ein Consultant ist ein Mensch, das steht ein specific task, ein specific service für die Company, wenn man so einen IT-Consultant ist. Das ist eine riesige Company, und das IT ist zu fliegen, und das impact, der productivity von der Company, ist ein Consultant, das puts into place, das right stuff. Das ist eine Company von 200 Arbeter, und die wird den Workforce mit 10%. Die Business-Strategie ist, ich kenne das um Kieke her. Ich kenne das um Business-Rand, you're spending a little bit too much auf der Part-Apps, das macht keinen Sinn. Jetzt, das ist der Geinste, ein Consultant, das hat Expertise, in managing Menschen, in how to cut, and reshape, and reframe die ganze Sache. Dann noch ist du ein Business-Coach. Ein Business-Coach, das Arbeit von einem Coach ist, hat ich gar nichts mit einem Business-Strategie, hat ich gar nichts mit einem Short-Term-Arbeit, was ein Consultant ist. He's going to work with your Demons, mit deine Depressions, deine Zweikers, dann Personal Decisions in Schwerekeiten. So es kommt aus, ein Business-Strategie hat man usually, der Weinigsteuer Scheiches. Dort Menschen kommen zu mir, es sind ein, zwei Meetings, und ich bin done with them. Und dann, und dann, es ist ein Beginner, es ist ein Hiberner. Es ist von allen Meinungen, es ist von allen Meinungen, das ist ein Business-Strategie. A Consultant hat eine specific task, within the business, as a result of the strategy, for a specific period of time, and then is it done. A coach ist usually dort ein Sachmeier, und er hat sich echt kein Scheiches mit der Business-Strategie. Und die können sich der Heibende Pressure in der Business-Strategie. So hat sich mit der Business-Strategie hat mit dir. So hat mit dir. So hat mit dir. Ja, es happens so to be, in der Handige Arena, es ist ein größer Confusion zwischen denen, Allah, because sometimes people was, was an Aussage in dem, haben knowledge in dem. Ich finde, was die overwhelming Arbeit in the private sector, is just the strategy, I provide some consultancy services in the arena, in public relations, government relations, media relations, people have media problems, they'll come to me. People have issues in, in the healthcare industry, in the real estate industry, as it relates to government policy, they'll come to me. But that's a consultancy service. Versteheist? So das ist das. Sehr, sehr belehrend. Ja, es ist mir gefragt, der Kasch auf dem Wege her, which I don't think is relevant at this point, was der Schlagzeug zwischen der Arbeit aufs Echti und David Kaufmann? Na, haben wir getroffen an der Platz? Wo gehst dir denn anders, wenn David Kaufmann, Schleimisch, Steimitz und Manny Hoffmann? Es ist, es ist, als ich erkläre, das in der Klanschgeschichte, so wie du fragst, was der Schlagzeug zwischen ein Dietitischer und ein Restaurant? Ein Dietitischer, gehst du zu ihm, wenn er zu suchen, was dein Age, dein Issues, wo du hast, was es geht für dich zu essen, wo es nicht geht für dich zu essen. Ein Restaurant, der Restaurant, halbst du ein Essen, in der Restaurant, ich meine, du willst dir ein bisschen dem Mut, oder du gibst dem Mut, du musst dir nicht mehr. Es ist selten, wenn du in ein Restaurant und in ein Restaurant und sagst, ich glaube, ich glaube, du bist wirklich bereit zu essen oder Nacht, du musst nicht nach Hause. Bei mir, all the time, Menschen kommen die Reine, sie wollen öffnen neue Locations, sie wollen bringen neue Produkte zum Markt, Menschen wollen reingehen in ein Business. Ich habe gerade eine hübsche, scharfe E-Mail, wo es geschreibt, zu Menschen, was open, Business Ideas, because I get these e-mails all the time and they get thrown off. Oh, Sleinan. Thanks for inquiring. Many people have good business ideas, but they do not have a credible path for the many hundreds of thousands of dollars of funding and the endless time it will take for them to try to make it work. However, if you feel confident that it's still worthwhile to discuss your idea, we can move forward on a meeting bis jetzt an der Schmaie. It costs $800 and it takes an hour. If it runs longer, the price rises along, such as $1,200 for 1.5 hours. If the meeting takes less than an hour, the fee is a bonus for me for saving you time. Please let me know. Thanks, Yossi. So, you'll be surprised if I mention it in the days whether it's a a little bit too sharp or whether it's a whoa, whoa, I'm on it, I'm on it. There's the physician of a dietitian in a restaurant. That's in a restaurant and hype's doing it. But all the design agencies and branding agencies that's a lot of fragen to the design and team. The challenge is not how much I spend to design and so much of marketing and business strategy but how much I spend with a new logo design. Sometimes it's a sales pitch, a call message, a website, a brand, a call message. So that's a call message. A email does reflect in a message. A sales pitch does reflect in a message. Any ad that likes to go forward, a little bit of detail the design agency guide to give that reflects in a message. Most people it's the strategy and sometimes I do, I get it in other arenas especially the policy, the political front, the media front, because I can go. Yeah, yeah, but as it blabber get out, it's just a bonus for the year, it's made it quickly. Exactly. The are very passionate what you do, they are with their passion and they are into it and they are not just in politics, they are not about their work. When are you going to get it and they have to say clarity? The message which is before has happened, it's not happened in a time. This is a pure week, it's a mother fine, let me go. Let me go. What are you going to ? A poor year. Makes sense. And when a man reached out to me, they said, all right, so you blow off people as well? No, that's not what I do. At this time, I don't coach people, although I don't think I will give a bad in this. At this time, when a man has a business idea, you are now going to spend money or your own or your own or investor . a crude awakening of what awaits you, do not start. You're done. You're done for. Speaking about the agencies, just a simple print ad, what it costs. there's just a kind of kind. Absolutely. it's a lot of kindness. Absolutely. Absolutely. It's so I can say as I damaged how they go around. But it's like I want to come with Tony and Rose going. Now when a man ask me an email hi I'm so and so I have their business for a poor year and I want to discuss that I have another email that is the other shortcut SOS and they come to my message. So we get you already email because emails come around the whole time I have a standard I have the process I have a email launch in 7 years refined more and more and more and more confirmed that I want a meeting I have a confirmation email in the subject line I have meeting the date and the time instructions I have a address please leave GPS and come 10 minutes for here or the reichers please refrain from smoking at least 5 minutes meeting have to go on the process the way and so and so the thing is that you have a case point I can give an address and get right to a Ja, ja, du hast Puma nicht. Lass mich daran und dann ein Adress. Ja, wenn die Adress zu tun und die Gäste mich an Landmark, die Bildung, das und das Zeit aus dem Bildung, kommen wir schon schneller. So, wenn ich weinige zu hitze, dann werde ich ruhiger. Ja, ja. In der Diskussion geht es sich von einem früher. Which is another, sag ich, ich habe dich gekallt, nur wenn ich 3.30, ich habe dich gekallt, 3.30, 3. Das ist schon geil, Frau Wuss. Man, von klinkt nicht. Fregt der Orient. Der Orient weiß es. Er ist ein Tag, du nicht. Gut, man, von klinkt nicht. Nur gewisse Menschen kommen. Ich bin nicht von den gewissen Menschen. Ich habe dich jetzt mit ihr hierhin zu. So, wenn ich das dann ja aufhören, wenn ich etwas will. Das klinkt nicht. Ja, aber ich habe dich WhatsApp auch nicht geämpft, ich habe es gelacht. Ja, da bin ich einfach noch von vorne. Ich checkerei WhatsApp, ich habe auch eine gewisse Message. Okay, ich habe dich etwas überrasen, aber das gebe ich dir best. Bei der MSI, ich habe es nicht von den vierten Calls, die ich habe, ich hoffe, ich habe nicht geämpft, wenn ich call einmal und noch einmal und noch einmal. Ich sage, jener heißt nicht auf, die rieft dich mir da her. Ich bin dich du. Für was heißt du nicht auf? Nicht als Satan, aber mein thinking war, also, ob darf man nur da mit 3.30, nach Kimo, 3.30, 5. Und dann geht es mit der Meeting anfangen. Darfst du die sein, jetzt eine Werbung von mir? Du hast gar nicht geschaut, ob man das geschaut hat in der Podcast. So darfst du mir hingegen mit der Funk, wo es geht vor, oh, ich habe einen Juss gegriffen. Ja, wo es geht vor, wie bist du? Danke, bei dem ist es geht. 3.30, 3.00, aber ich habe gedacht, lass mich heranchecken, wie ist es? Aber das sind nicht kein National Debate, ich habe es schon ein Pinklicht 3.30 und action. Es ist, whatever, beheirig. Beheirig. Aber ich habe ihn lieb, ein Mensch darf sein Passion. Warum? 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 Das ist faken, was du? Nein, nein, nein. Ich will zurück, einen Moment. Ich frage dich, wenn ein Mensch bleibt Passion. Es ist auch ein expression, ob ein Mensch, die Arbeit, wo es gelacht, ist, es nicht going to work a day in his life. And I think a lot of people, especially mention, in the 20s to 30s, dass ich weiß nicht, wie sie wollen, wie sie wollen gehen, und das ist a perfect age to explore the type of Arbeit. But ultimately, ein Mensch darf kennen ein Misspaal sein und um das Gießen, sie unkommet sie hat Platz, wo sie er enjoyt, wo sie er glacht, bei ihm ist. Und wenn du glachtst, das ist die, you're in your element. Ich meine, ich bin ein Schmied, ich meine, ich bin ein bisschen nervös oder so, aber es ist die lebst in der Sache, wo du willst stehen. Und da habe ich das so gefühlt, dass Finn, der age 15, wenn er gebungen in mir ratzlichen Briefen zu Hamadier und sie der Jahrteid und sie die Zeitung und ein bisschen in der Blatt, das ist, das ist was ich all along gemacht habe. Begebrieven, vielleicht ist das ein Schicksal? Opinions, ich sage, Opinions of Politik. Also, die alle Zeitungen fliegen in der Ende von Politik, dann geht das ein Schicksal? Ich brauche ein Schicksal, aber ich brauche ein Schicksal, von der Zeitung fliegen, von der Zeitung fliegen in. Und ich brauche, ich brauche das ein Schicksal zusammen. So, für mich bin ich, bin ich gekommen, zu schreiben, Brieven auf Politik. In Jiddisch oder in Englisch? Nein, Jiddisch in Englisch, beide. So, die sind schon geformte Opinions, political Opinions bei der 15, und die sind geleinend Zeitungen, und das disagreed? Nein, 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 ich bin nicht geformt bei der 15. Ich bin schon geformt bei der 8 Uhr. Bei der 15, habe ich das Kind rausgegeben. Also, ich bin schon gekennst, Schrauben, Brieven. Nein, nicht mehrmals. Meine Eltern sind gewöhnt, sie sind politisch, sie haben nicht gekocht in Politik, aber sie sind gewöhnt, sie sind eigentlich in Current Events. So, the point is, in a nutshell, everything that I do is in the arena von public opinion, der da ist, wo es ist in Political Commentary, wo es ist the business strategy mit der focus of the product, the services, customer service, basically, the outside, the outward-looking part from the business, and whether die Skunas, die Hose, die Juhn, wie ich mir gewöhne Sachen in den Ais, die herausgelegen accurate information von Heimischen Zibber, it all comes back to the same thing. So, literally, wenn ich bin, bei der 15, I'm doing the same thing. Es ist ein Schrauben, das ist ein Kuhl, in different ways. Es ist ein Mordiger Blessing. Ich habe recently gefiled, ich weiß, den 19, oder 20, Taxi-Term, von allen Juhn von Arbeiten. Literally, jede Juh, es ist, ein Rauf-Income ist von derselbe type, derselbe Arena. Ich komme, ich gehe mit Briefen. Von dort, in jener Zeit, habe ich geschrieben, die Hauwärm gewinnt eine neue Organisation in 99, zwischen den Tests und den Juhn, und ich schreibe Pressreleases von Hauwärm. Einer von den ersten Mitgliedern von Hauwärm war sehr aktiv in den ELECTIONS in Monsi. Ich habe schon geschrieben, Talking Points für die ELECTIONS. Von dort ist es gegangen, die Token Points für die ELECTIONS für Non-Profits, für die ELECTIONS. Von dort ist es wieder gegangen, die BUSINESSER. In Verschraben Notes ist es geschrieben, sie machen ADS, sie oversehen die Print-Ads, sie oversehen die Video-Produktion, sie oversehen die Online-Ads, sie oversehen das Marketing-Budget, sie diskutieren mehr das BUSINESS. Mein Busslohn hat der Heulich, es hat er ausgesucht, mehr und mehr und mehr. zur Hand ist es der Fokus, der Business-Strategie mit der Fokus in Marketing, mit der Fokus in Publicität. As I said before, wenn ein Mensch kommt daran, wenn man das Kost und man sieht, dass er hat ein serious issue in der Prozess von seiner Firma, ja, denn so du Menschen, wenn du dich in der Busslamsung hast du auch eine riesige Ware, so du Menschen in dieser Arena, dann sprichst du an einen Consultant, dass er in dieser Arena und man gewinnt der Woche in einer Take-Out. Der erste ist FASCINATING. FASCINATING gibt das Wort mit der SINATING, aber der Problem ist, dass er ein paar Arten nicht von den Prozess und frischen Orden bei dem Register. Die Menschen haben sich gewählt, die Herren hin, so allein hat es gebildet, die Schaßmasse ist, behind the counter Menschen, die sind langweilig und gar nicht wo sie stehen, weil du es ein paar Arten nicht von Orden kommen. So wie es geht das auch, der Arbeiter, wo du zuhörst auf den Schuh oder breitst auf die Woche, er arbeitet nicht bei du es nicht für dich. Er wird die Orden kommen. Der Kost muss wählen sich nicht einmal, du kannst nicht mehr reden spenden sich kein Geld jetzt, weil er steht wie ein Donkey in der Warte der Prozess zu kriegen. In die Bestam ist der Chef, der Koch sagt, das ist schön, aber du hast ein Problem in deinem Prozess. Du hast da ein massive Barren. Vielleicht darfst du einen Menschen für noch 18 Dollar zu nehmen. Und du hast nicht in front von dir was passiert. Dann steht leidig, weil er hat das schon durch. Und der Kost wird frustratiert. Das heißt, der Barren heißt das? Ja, so wie wenn man approacht, der Bridge durchsacht, lehnt es, so wie das. Und das ist einfach so. Und ich kann at some point sagen, wir sind aus Business. Und die wurden sehr interessant. Das ist eine gewisse Sache. Fascinating food in Gunnisch. Oh, weiß man was. Weil er keimlich gegangen zur Business treten schon gekähen. Das ist schon offene so viele und so viele Jahre. Das ist die Arbeit. Das ist das Problem. Zum verdient so viel Geld. Help us out. Jene können man sagen, you know, lassen wir sehen das, lassen wir sehen die Brasen, lassen wir sehen die Schuhe, lassen wir sehen das. Okay, das macht sens. You know what? Der Location. Ich kann reinkommen, und werde in den Jungen gewennen. Und ich werde observe. Die marketing, your public-facing part of the business, that's a problem. Now, if it is about processing, wieso processen gehörig ein Restaurant, ich muss nicht konsulten die alleine, ich habe no idea. Ich kann sagen, das ist das, das ist sicher, so du Menschen, das Problem ist das, dann processen, ist ein bisschen ungestoßen. Selbstverständlich wird mit einem Menschen ein kleiner Röpfer. Was kostet das Sagen? 1.000 Euro, 2.000 Euro, 3.000 Euro, dann. Menschen sagen, man kann nicht sehen, weil ich kann das allein stehen, ich kann noch Menschen. Nein, aber halt noch, mach noch keine Decisions. Geil aus von einer eigenen Bubble, und ich spende das Geld heute, ich reden mit Menschen outside von Machen Bubble. In simple wie ein Meeting. Ein Mensch will mit mir eine phone kauft in 30 Minutes. Was tun wir hier? Der Service ist ein Schuh. Das ist der Service. Die Service ist eine Business Strategie. Sie nimmt das Schuh. Ich bin ein Schiff. bin ein Ich bin nicht. Die ganze Sache ist die verheben. 800 Dollar 1000 Dollar 1200 Dollar KC Zweiten der Weiß nicht du darfst das Service nicht geht Bist nicht im Business Die Versteiß dich darfst von Zart zu Zart Rosengren von Da Bobble So wo sie jetzt vor Ja Jetzt haben noch halber Schuh. Die bist gedrängt in Zeit? Nein Nein Die hast Pressure . Sie ist mir geliegt auf a hard diet . Ich liebe die ist von mir von meinem Kopf Ich darf wissen wie lang sie geht nehmen So Wie wirst du redden politik? Wirst du neugrige Menschen redden? Nein Ich bin ja neugrige Ich bin auch neugrige bei der Paar wenn es ist schwer für Menschen wenn sie ist im Business wo sie seht wie ich spende auf Advertisement und ich spende und dort und jetzt suchst dem ich habe gesehen da ein Problem du bist ein Mensch oder 10 days und das und der Mensch ist ein geniegt basult in gehirrt Menschen Oh Oh Süßer Soi Du Du zwei Sachen was ich such for dem Wir kommen weiter gebeten Wetter gebeten zu machen eine decision zu spenden auf frische staff neue location neue products oder auf marketing campagne fahren mit strategist So jetzt weißt er noch mehr noch mehr noch mehr Der Business noch mehr wie wird geführt ist impossible dass die kann machen reforms and improvements was kostet kein Geld aber er ist mit der outside Mensch und ist outside of your bubble so der meeting der zwei meetings it pays for itself der dritte wenn ein Mensch kommt an und sagt du hast gespend so viel Geld so ich sage now bist der gerecht die hat alle rules des business alle sachen die ganze monstige stein in lang die ist nur gesetzt in der tausend dollar du so right das kommt zurück zu point hast an idea you gotta be real wachs an do I rei nicht massage an ego and the feelings and you know the guys take it to come to think of it I don't hold for the season and spend the g the g the blueprint for diagnosis I can tell the of clarity you have a problem the way I see myself different in the arena that I am not a business consultant I am business consultant I get this every month you sit with the blueprint the architect every month you need to happen you need to cut staff improve staff change in gewisse sachen not outside business services companies so we say many Manny Hoffman has a lot of outside services needs a company most of the time that's that's you can coach them whether it's a meeting in the free season or one on one it depends what the business is the specialist in Boston to have an opinion happens to be here and it's in Boston I went to Franklin county but have have ever let yourself down within business and a product for my service mention people know Wir haben weniger Geld als irgendeine Organisation gespürt. Wir haben weniger Geld als irgendeine Organisation gespürt. Wir haben die TV und die Medien gespürt, die die Unternehmen 15-15.000 Dollar gespürt. Das ist nur auf dem. Und sie sind. Wenn Sie sagen, was Sie sagen mit der OJPAC? Wie viel Zeit haben Sie mit der OJPAC? Bis 46. Ja, all right. So, wir können mit dem Punkt enden. Nein, die Kasse ist mehr eine breitere Kasse. Wenn Sie fahren, so schnell, was Sie sagen mit der OJPAC? Nein, nein, nein. Ich meine nicht. Sie fragen, Sie machen Fehler. Es gibt viele Fehler. Speaking of which, der OJPAC ist gefocust auf die Kasse, nicht auf die Organisation. Sie sagen, dass Sie jetzt, wenn Sie rauskommen, in einem misleadingen Reporter in den New York Times sagen, dass wir alle Daten, die Statistiken, die Numbers, die Presse- und die Videos rauslegen. Sie haben nicht die Energie, wie Sie jetzt tun, um genug Donor zu stellen. Wir müssen eine bestimmte Menge Geld haben, weil diese Sachen gar nicht geschehen, einmal nach, einmal nach, einmal. Und wir müssen mehr Wendungen, was können es tun, und ein mehr effektiver Weg, und ein ungemäßiger Weg. So, wir laufen von einem Kreis zu Kreis, von einem Kreis zu einem Kreis, von einem Kreis zu einem Kreis, von einem Kreis zu einem Kreis. Aber es ist ein Problem, es ist kein Problem. Es ist, was es ist. Es hat sich so geführt. Wenn ein Mensch hat, eine Passion für eine gewisse cause, right? Es ist, 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 nicht die Infrastruktur, nicht die ganze Sache. Dez ist in einen Platz, also, mehr Menschen in Haus Ich dachte nicht, wieso ist der Kurs, mach ein Problem mit Evidanz. Ich kann dir das Geld, dann kann man versuchen, wie viel zu Hause. Ich weiß nicht, was man kein Team hat. Ich weiß nicht, wenn ich eine Organisation habe, ist es ein Mensch, der es dreift. Okay, ich habe es dreift, ich habe es umgedeckt, es hat das auch geschafft. Wir haben eine Veränderung in wie die Regierung auf einem lokalen Level arbeitet, in der heimischen Neulung, die Medieninstitutionen decken, die Hand am heimischen Zyber, und alle Sachen hat eine directe impact, whether in the private sector, whether hate on the gas, whether government abuses, we made a huge, huge difference. So, aber wenn du businesslater, philanthropisch, aber klar ist es, was du auf der Kurs, in der Halten, der OJPAC ist der Gitter-Brand, in der Halten, dass ich auch ein Gitter-Executive-Direktor bin, schick mich ein e-mail, zu gestattenlist.gmail.com, und let's talk, and we'll see, you know. Ich darf nicht gehen, sitzen bei einem, und jemand muss sein, was klar ist, dass ich das Gitter-Executive-Direktur bin. Das ist mir persönlich nicht ganz gut, aber ich bin mir ein Masebein, also, ich gebe es mir mit Covid, noch, ich gebe es mir mit Covid, ich gebe es mir mit Covid, also ich kann jemanden für meine Zeit, für meine Relationships mit Medien und Government, in meinen Schuhen, in der Schweiz, in der Schweiz und Fadir. Ich denke nicht so. Now, ich weiß, wenn wir beide Organisationen sind, ich sage, ja, beide Organisationen, fertig. In den nächsten Tagen, ich gebe auch ein Ziel, ich kann, ich kann, ich kann, open up an das a lot, und wir raten darauf, als ein specificer Mensch, ob er rough zibber sind, und ich kann es können. So, meine ich, Menschen, die in die Geschichte sind, darauf, Menschen, rough zibber sind, und ich kann es können. One of the biggest challenges, in es können, ist nicht, als Menschen sind nicht interessiert. You know what? Mich interessiert auch nicht jede cause. There's a reason, why people werden ziegezogen zu der cause, versus zu Jänner. And there's always a backstory. You know, ich bin von einer schweren, von einer schweren Background, ein bisschen, und jener Zeit, das immer so schwerer wie Hand. So, ich werde aufgezogen, you know, in einer gewissen Sins spielt sich das, worauf ich gehe oder dumm, and then I have the ability to express an opinion, and to get her out there, und wenn ich sehe, man nimmt, verjahre bis auf Leusung. You know, ich kiekt sich hin, man sieht, man rührt auf das Heimschied, und von no good reason, der blitten Kopf kommt darauf, der blitten Hypen zu kochen. Her auf Räutelfen. Und man geht da springen, und was geschieht ist, not to be a cliche, mit Hand, it's the little Jossi in you, that drives you. But you know what, even when you're healed, again, popular Wertherhand, your experience is still your experience. And I mentioned Afghanen Unkjemen in an arena, in personal growth, wie the experiences von Leben begleiten wir weiter, wie, ja, er macht, he makes a difference for his community and for his neighborhood, but on his own terms. Do not let the cause drive you, because if the cause drives you, you need more therapy, you need more healing, you need more time to reflect. there's something bothering you. It's not, I've looked at me, it's not, people have no idea. Sometimes it's a serious hate cake in the community. I'm personally sitting on the computer straight to 12 school. It's not normal. You need to oversee some stuff, let other people do other stuff. So, zurück to the point. Not everyone has the same interest and the same cause. The world can't come if everyone is interested. That camera, Jan, we'll see. So I said, Pusha, that camera is to me, that camera will see if it's on us. It's the white shot. Yeah, and there kick no off the air. Yeah, okay. So the message, the email is right there. So the statnalist at gmail.com, this is an email open for the public, we will arrange a commentary of politics, whatever, so, it's right to the point. So, I understand, I don't understand that everyone knows the same interest and the same cause. It's impossible. Everyone has their own experience. In the world, it's not going to come to the same type of work. The challenge is, if a person is on us, you can say, if you're interested, you're not interested, he didn't stay calls, no problem. It's not for you. It's not for you. It's not. He spills his guts for you for 20 minutes. Yeah, I don't think it really makes such a difference. I love you very much, but my plate is full. There are a lot of causes. I can't help you. Don't waste my time. Yeah, waste my time. Drei minutes to come. It's so good. It's so good. if you don't have a need, I don't have a need. There are multiple needs. I don't see anyone and I also do another record. I don't see anyone the only cause and I don't see anyone it's impossible to see anyone. That's fine. Shut up, go wait. And this is probably one of the biggest, this is as men's as in Europe have an opinion. I said, what do I mean? The Irobshleppen, the Irobshleppen part, the Irobshleppen part, the Irobshleppen part, wasting your time. When I've seen for us that he's wasting your time, what are we doing here? You have to understand that you have to hire or other ones. I'll be better to hire. The other ones are going to hire and I bring the money. Yeah, exactly. Later, I'm going to have a need. I'm going to have a business strategy with things of the second. No, so you're going to have both of them. I'm going to have an entrepreneur. Wenn man klar ist, was halten und man darf auch sagen, dass man eigene Brände von der Sniad starten will, dann muss man gar nicht mit OJPAC halten und ich bin ein Kandidat, dann habe ich noch ein Projekt, das ist auch ein kleiner Projekt. Ich habe auch noch ein größer Projekt mit OJPAC, und man darf nicht. Ich darf nicht auf die Schmerzen besuchen, was man darf. Die früge Menschen... Das ist alles noch die Intro, du weißt, ja? Halt doch mal ein paar Tage, du machst. Danke. Ich meine, schick mal geendet, du. Was mir auch gehabt, Menschen suchen mich heute, wenn ich mit sie gewohnt habe, ich spreche, Schmilli, das ist das Gebot, du bist der Zinger, du bist von Jahrzeh, du bist der Podcast, und wenn ich bin aufgewachsen, habe ich nicht die beste Aufbringung gehabt. Man tat das weg, wenn ich bin, wenn ich ging, meine Mama ist immer von einem anderen Platz. Die ist auch das Gebot, Jossi, du bist der Schraubermann, du bist der Schrauber, du bekommst die Wasserrechte, du bist der politische Kommentar, du bist der Business-Coaching und Helping und Strategie. Das ist gerade eine schwere Aufbringung. Ja, genau. Was heißt eine schwere Aufbringung? So, 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 so. Einmal, das war dann auch ein paar Worte. Wie ist die ganze Welt, das sind genau oder so, so, so andere Menschen. So war dann auch ein Mensch. Manchmal ist das ein Mensch, die Menschen in der selbenbereich, das sind in der selben background, und nicht in der selben Bereich, in der selben Pharma zu sein. Die selben Tiere, die selben similar, und mehr als eine starke Familie. Und sogar da zwei Menschen aus der selben Gesellschaft. Manchmal kann man das andere Gesichter comfalten, wo sich das andere, denn, wie zwischen zwei. Es ist einfach so. So, and if the blessing is there, you gotta go with it. Die andere Sache, so auch, ist wie, 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 wie nichts es ist. Da ist Covid. Ich habe auch schon gesagt, ich habe das Schwere case von Covid. Aber da ist Covid, ich habe ja auch Covid. Es ging über 10 Tage, dass ich aus der Kommission war. Ich habe keine Business Strategie, ich habe keine Kommerwasser. Ich habe keine Political Commentary, ich habe keine Autopack. Nothing. Und ich denke, wenn ich ein Gesetz auf dem Kommissar getragen habe, wow. Ich habe gesagt, ich stehe da, da kommt eine Guide, eine Reader. Und du, ein kleiner Schnellke, das dreht sich an ihm. Das Guy ist aus der Kommission. Es gibt nichts, da sind nichts, da sind nichts dabei. Und es ist ein bisschen sobering. Es ist ein bisschen chilling. Aber es ist wie, man hat es gemacht, man hat es gemacht. Und das ist, was es ist. Da ist nichts, da ist es mehr zu. So, wenn ich ein Mensch mit ein Mensch habe gebaut, ich habe nicht gesehen. Ich gucke sie schon, wenn man ein Mensch hat sich gebaut, hat sich gewisse Weg geführt und für was es war. So hat sich das so entwickelt. Das hat sich so entwickelt. Wenn einer wachstof für ein Nicht-Hagite stieb, seine Morale nicht durch, seine Confidence nicht durch, er schämt sich zu erheben, er hat Anxiety. Die odds are against such a person, sie können striven. Die haben sich nicht gebohrt, weil sie nicht gebohrt. Aber sie sagen, ein Mensch, was es successful, und andere kicken noch auf dem herauf. Ja, aber, put it this way, it cuts both ways. It cuts both ways. Ein Mensch kommt von einer Stieb, von einer Zerbrachung und einer Urem Stieb. Also wie in zum Gatze, you know, dann sind die gechallenges. Und sie fühlt sich, somehow, als der Mensch, erfuhrt auf eine gewisse Träcke. Und sometimes, sind die Menschen, sind die Menschen verkehrt. Wenn die Menschen so, jene so, I really, I really have no idea. But the painful part is, wie viel Zeit, in Kochen, Menschen warfen weg, because they want to get to a place, where, Tzadikal, if it's meant for you, it's going to, it's going to come your way. What are you doing? Why are you throwing away so much, that you have for you? Das ruhigkeit. Das eigene, das Kindheit, das Rimmige, das Community. You're chasing a dream, that's not going to be there. If I was this, because you want to, you are in a certain level of pain, that you got to prove something. The challenge is, 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 that the decline is going to make the difference. That's all that the kids, your kids need from you. A normal, you guys need to be in a certain place. What are you doing? And the sad part is, that people are having to do this, that people, who are watching, and who are watching. They are out there to, to see bones, who are going to burn, what are you doing? Nein, es fällt nicht aus, von wem ist das? Von sich allein. Nein, aber es ist nicht. Einer ist aufgewachsen ohne Geld und er sucht, ich will ein paar Nusser, meine Kinder haben nicht so. So zwei Sachen. So ist die die beste, die die Kinder bringen, ein paar Nusser. Na, ob wir haben es so, dass wir getroffen haben, dass wir nach Javi, die darfst du rausfahren, in den Rahmen fahren, und man hat ein Zimmern das eigene Frieden, und man hat ein Zimmern das eigene Frieden, und man hat, what? So, na, geht in die Hände, man geht in die Kappe. Die ist dann ein eigener Bambus, finden wir es eigentlich zufrieden, jetzt ist es so, wenn du aus der Tür bist, weil du hast echt, wo es ist, es ist ein Missgeschehen, jetzt. Es kommt mit dir. Ich denke, es ist ein Schlufen länger, ich stehe früher, ich habe Zeit für die Gemüse, drei Wein im, drei Wein im Insch Betul. You're chasing your tail, und ich habe nicht das erlebt in einer Pain. Again, ich habe nicht die Hände, es ist ein Klischee, die Pain in der Growth und Dealing. Bei ihm ist, er lebt in einer Pain an on-going basis, in his whole life. Das ganze Leben geht ihm weg, das ganze Leben erneuert, es nicht beginnt, zusammengefallen und over. Und du bist, wo sollst du dich nicht mehr leben? Wo sollst du dich nicht mehr leben? Wo sollst du dich nicht mehr leben? Das ist die Sad Part. Das ist die Sad Part. Wie the pain that comes up findet a challenging upbringing, und so if die Zooks, again, sadly, a lot of people have those, you know, wir sind nicht die Einheit mit ihnen. And rather than just sit with it a little bit and trying to be a productive human all around, for yourself, and as a child, as a parent, as a friend, as a spouse, wir sind mit alles. And most people don't even brechen, das ist gut und stark. Und ob es sie auch dadurch gebrochen, was ist, es gibt ihnen viele, viele aufgegeben, weinigen. Du weißt nicht, man sucht das, Menschen haben lieb zu suchen, also ich weiß es, Billionären, 10 days, 10 Jens, aber ich fragte, ob ich steig auf jeden Fall, und ich finde, was sage, ich werde ein Leib oder ein Billionär, weil beide steigen auf die. So, so the point is, ich weiß es nicht, was kann man sagen, the point is, the action features the outcome. The behavior is a symptom von etwas. Alleib steigt auf jeden Fall, sage ich. Du weißt nicht, weil du steigst auf jeden Fall. Happens so to be, oder hast du ein riesiges Business, das takes from you a lot, and you need to balance your day, darfst du auch stehen für ihn, gerade ich steine schon auf später, und hoffe, du steigst mir doch auf A6. By the way, ich take it easy. Mit der Kaffee, spazieren draußen, mit der Hand ein bisschen. Spendst du Zeit mit der Familie, mit der Wabe und Kinder? Das muss ich davon sagen, aber da habe ich selber im Wasser, ja. Ich trage das einfach mal bei mir, als wir so busy arbeiten, und wir sind bezorgt, oder sie sind finanzielllich frei, und sie haben das Geld in Favos, weil wir können ein bisschen, wenn wir Kinder sind in der Heim, spenden family time. So, das ist der treffende Balance, zwischen, wo ist das, da läuft noch, die Mollmire-Dollar, sie kennen zusammen, wenn wir Kinder, bis doch jetzt nicht, bis doch jetzt nicht in der Heim, die spenden jetzt nicht ganz hart mit der Heim und Kinder. Geben das auch, und das ist ein stück, es ist eine common Diskussion, die Leute haben. Ich gehe über den Tritt weiter, ich suche, Fokus auf der Kurs, dein Behaviour ist ein Symptom. Ein Behaviour, das steigt auf Spät, ist ein Symptom von was? Nein, ich weiß, als Schmüller-Ungar, als Sänger, das heißt, das ist ein Symptom von etwas. Wo ist das Symptom? Ich weiß, du bist auch noch ein Therapie-Coach, ich weiß nicht, ich weiß, du sagst mir. Wenn ich zu dir, als Business-Trader, ich suche dir, am Jossi, ich heiße so und so, das sind meine paar Nusser, wie kann ich das nehmen weiter? Was die mir geäußert, einfach in einem Podcast? Weiß nicht, ich glaube, es kostet mich nicht, oder kann ich einfach in Sachen, nein, wenn es auf einer Schuhe kostet, sag mir, wie eigentlich das alles. Ich weiß nicht, ich muss wirklich verstehen, was, ich habe schon gehört, die Diskussion ist all the time, ja, Podcast, nicht Podcast, was willst du mit dir, was willst du aufziehen, wie willst du umgehen, und was difference du, was willst du machen? Wenn ein Mensch kommt, zu mir auf der Business-Trader, und ich suche mir, oh, wegen Geld, ich schaufe ihn dann right away. Das ist nicht interessant. The point ist, weil Geld... Nein, weil Geld kann man verdienen in Iberau. Geld kann man verdienen in Iberau. So, wenn die wissen, in eine specific business, das ist, 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 time and time again. Why do it, fragst du? And, if you're doing it for the money, and the money, you can, what's going to drive you the next day? What is going to drive you to continue? And if you're going in for the money, you're going to go bust. And again, das ist nicht die typischen Sachen, wo es ist, es ist sehr schwarze Wasser, das ist immer ein Interesse, und das ist auch gesetzt. Also, das ist wichtig, was hat gesagt, es ist nicht, dass, mit einer so schweren Abbringung, hast du dich also gebaut. Heiner Haag, das ist es. Die bist der, wo du bist, weil du bist da. And you know what, und das zweite, was nicht das, vielleicht kommen wir von dem selben Background, weil er so hat sich das Gefiehlt. Der ganze, der, 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 es ist, der ganze Coin-Lavie ist durch, was Menschen liegen zwischen sich, auf, based auf material, material achievement. The problem mit dem ist nicht, als er geht daran, die Kirche, wo er zum Juden, und vergesst, wenn er beschreibt, nicht das. Menschen, mit der Männer, die Männer ist eine von der schwersten Sachen. Ich weiß, aber die audience weiß nicht, es will mir das als Mannsbefund. er ist, man glaubt, dass wir gewähren, so wie gesagt haben, das ist eine Stadt, das ist nah, weil die Podcasts, die Arbeit noch gedacht haben, das ist eine Stadt, das ist eine Stadt, das ist eine Stadt, Berlin, Also ich bin dran und bin in der Stadt, wenn es nicht geworden ist, die Rekorde sind, das sind die Betochen, also ich bin auf der Anführung, ich bin auf der Anführung, ich bin auf der Anführung, ich bin auf der Anführung. Ja, es ist ein Mensch, wenn man sich nicht in Schregen auf gewisse Sachen erleben. Und in der Regen hört man auch immer die Sache. Warte, es ist nicht in der Anführung. Es ist so funny, denn das ist für eine Passion. Man kann sich nicht vorstellen, wenn man eine Frustration macht, die Passion geht durch den Ruf. Okay, das ist die Personality. Ja, ja. Das ist alles in der Introduktion, oder? Okay, lasst mir endlich die Introduktion. Ich habe ihn ins Hammer anzunehmen im Studio, ein Mann, Jossi Gestetner, Sarah Kusch, mein Mann, er ist schon kurz aufzunehmen, mit seinen Balls in einem Schmiss. Das ist die Introduktion, die Geistes... Ich kann nicht kennenlernen, ich weiß nicht. Mach nicht die Introduktion, statt für eine Haie Boon. Haie Boon. Mit Unheimwissen hat sich angehoben, die Introduktion hat sich anzunehmen. Es ist echt nicht, an meinem Ende, es ist nichts zu tun, es ist nichts zu tun. Dafür ist es gehalten, aber dafür ist das. Aber dafür ist das. Menschen sind ein Junge, Menschen sind ein Ries, aber ein Ries. Aber dieses Jahr, sich subscriben und liken, gibt es die Algorithmen für unsere Channel. Also liken und abonnieren ist wichtig. Danke sehr. Super liken ist noch stark mehr Appreciatet. Die Flecken muss schreiben für den Moment. Gibt es noch andere Papier für die Flecken schreiben? Ja, das ist ja so. Ich habe schon mal gesehen, ich habe schon mal gesehen, ich habe schon mal gesehen, mit ein bisschen Pressreleases und Sachen von Hawaii, ich habe schon mehr als 20 Jahre alt. Ich habe schon mal eine Brief in den Zeitungen gemacht. Ich bin ein Kolumnist in das Blatt vor sechs Uhr. Ich habe schon geschrieben von Zeit zu Zeit. Actually, mein erstes Artikel ist in den Städten. Ich habe 21 Uhr zurückgezogen, oder 22 Uhr zurückgezogen. Die Städten waren auch immer noch nicht. Ich habe schon mal mitgezogen. Ich habe schon mal mitgezogen. Sie sagten, ich sage, Hallo, komm her. Beim Referent Eine von den Organisationen haben wir auch geschrieben in Berkshire. Wie kann man die Sprache schreiben? Ich denke, es ist nur ein Ton oder ein bisschen. So, warte, wir hatten die Prävy, was wir vorhin geredet haben. So, Sachen 44 und nur noch das Duo. Die Gashmi ist die Manifestation. Noch ein popular Wort, Manifest. So, die Gashmi ist die Manifestation. Beide meine Eltern sind, wenn ich meine Tate habe, da gibt es die Väter, da gibt es die Sprache. Da gibt es die Kirche in Hezburg und da gibt es die Sprache. Wie viele Kinder sind das? Wir brauchen schon mal die mit Kindern. Wie viele Siblings? Zehn Siblings? Wir wissen, das ist eine Sache für... Nein, sie wissen, wenn die mit noch ein Sibling ist, dann kommt die mit 15 Kindern, aber 14 ist eine andere Weile. Du weißt doch, das war immer schwer. Du weißt, wie ich geredet, zusammen wieder. Ich habe keine Arbeit für ihn. Ich muss ihm in den kommenden Wasser in September rausheben. Ich gehe noch weiter. So, wie viele Jahre das ist? 17 bis 24, ich weiß noch, 16 Jahre. 17. Ich habe den ersten Mal gesehen, ich habe ihn noch 10 Jahre gesehen. Er hat sich gehalten, er hat sich heimisch gedreut. Er hat sich gehalten, er hat sich gehalten, er hat sich gehalten. 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 Ich habe ihn die erste Mal gesehen. Für days habe ich gedacht, sie reprogrammen, die erste Filme in mein Gehirn hat. Ich habe alles geredet. Mit dem, jeden Tag. Warum das sage ich? Ich habe es gehalten. Ich habe das re-wired, mit der Repackage, mit dem ausgepackt, die ganzen Warehouses mit Filmen... Alles re-wired. Und zusammen. Dann steht hier so, und bin ich so, werdet ihr an das? Wie viele Kinder haben mich? Ich habe es gesagt, sie waren die aggressoren, die sind jüngere. Wo darf man Menschen wissen, wo es mit dem Studium war, dass 95% von Schmissen in den ersten 5 Minuten ist, was man macht. Wo ist es, was man macht. Man fragt einen, wo du tust, wie viel Geld machst du. Man sieht man an Menschen einen Bax. Die ist da, die du. Die kommt von einem großen Stieb, geist du an einer Bax. Da wissen wir, wie sie sich zerleinen. Das ist ein Bax. Die ist ein Bax. So, zurückziehen sie, du bist aufgewachsen. Das ist ein Beispiel. Das ist ein Beispiel. Bei einer meiner Meme in der Schule ist ein Lehrer. Ich meine, du bist in der Großschool. Ich habe jemanden von ihr, die sagten Books. Sie lernen Englisch. Sie kennen Englisch besser. Sie kamen von London. Sie kamen von Englisch. Sie kamen von Englisch. Ich habe jemanden gesagt, das ist interessant. Die Magick kippe. Dann die Magick jamecke. Das ist ja. Sie sind ein Bax. Sie war jungen. Sie kamen von allen noch. Die Schmelzer und alle seien Leute. Die Magick jamecke. Ich meine, ich habe oft schon gehört, die Magick. Ich habe sie verletet. Die Magick jamecke. Ich habe ein Highschool Diploma in Roswyn Schieweberg, in der 20. Ich habe ein Highschool Diploma in der GED. Ich habe in der letzten Zeit in Dürracken County, in der 21. Das ist so, dass ich meine Feste gespandt habe. Ich habe das eigentlich Englisch. Ich habe ein Highschool Diploma. Einer meiner Geschwister hat ein Degree. Ich weiß nicht, wie gesagt, was sie ist. Aber ich habe ein bisschen Inspiration. Du kannst es lernen, du kannst es wissen. Und später habe ich einen Degree in Business Administration mit der Fokus auf Marketing. Weil ich keine Business Administration habe. Du bist nur Menschen in Business Administration. Aber die Spezialität ist Operations. Das ist das Warehouse. Ich habe keine Suche gesehen, wie jedes Drill, nicht das Warehouse. Das ist eine Produktion. Jedes Drill darf liegen, wie das Wiring darf sein. Das ist eine Produktion. Und Marketing, wie man gerade umfasst, ist nicht das Logo in der Bildung, in der Schmüllecast. Das ist die Message als ein whole. Alles ist die Outward Facing-Part. Von der Company, von der Produkte, von der Service. Weil die wollen gar nicht in den Markt mit einem frischen Produkt. Ja. Aber es gibt Leute die sagen, was du Produkt? Ich mache dich ein Day-Bag. Am Marketer, nicht nur die Olle mitzusetzen, der Marketer, geht die Geld von Studien in den Markt. Wo ist die Preis? Wo ist die Value? Was ist die Preis? Wo ist die Produkt? Geist das Verkauf von Online, Holesale, Retail, das ist alles während des Costs, Plans, Strategas. Und nach dem Geist, die dealst mit der Manufacturing, die dealst mit der Distributator, die dealst mit der Design-Agencies. Gerade du sagst, die Company, ich schicke sie manchmal Clients. Ich schicke alles für die Clients. Die machen dann eine Decision, sie arbeiten mit ihnen, und, you know, go ahead. Noch drei Minuten, make it count. Ja, ich kann es jetzt noch länger, aber make it count. Du bist sehr obsessed mit dem Seiger, Jassi. Weil du hast ungeheuwen mit der Stikelstrengheit, du wirst die Endigen... So, die ist ein schickele Kopf, die ist immer hier in dem Rekord, die sagt, von mich, ich soll lieber zu suchen, von mich, also, wenn ich weiß, wenn, ich sage, ich mache es noch einmal, ich sitze so, ich teite, ich will, ich schicke... Mich brennt Jassi zu wissen. Oh, nein, ich bin sch... Sandig. Ich dachte, ich habe Geld, ich habe Geld, ich bin mit dir, ich bin all in, all in, ich bin, ich wusste jetzt. Sandig also in Politik, die meinst, dass die Länder in die richtige Direktion also sind wir headed in die wronge Direktion. Wie würde ich wissen, wie würdest du es definieren und welche Unterschiede das macht? Wie würdest du wissen, weil das ist etwas, du bist in der Politik, du bist ein bisschen involviert, in Ceremonien, in der Chief, von der Polizei, von dem bist einer, der mich gefragt. wo ist die nächste Kasse? Wieso wurde es definiert in die richtige Direktion und nicht die richtige Direktion? Also, die richtige Direktion wurde es definiert als, die Lande ist led von wir, die Menschen, und dann sind wir derjenige, das ist eigentlich der Schatz, und als Kollektiv sind wir es mehr wiser wie der Individuell der Schatz. Also, die richtige Direktion wurde gewähnt, als Sachen fuhren mit dem System, wie sind sie ihre Founding Fathers und haben sie hergestellt, und dann ist es eher von den Briten, von King, gern. wie ist die nächste Frage? What, was die nächste Frage? Welche différence? Ok, lass uns die difference erreichen. But, oder? Moment. We haben beide. Welche difference hat diese die es an der Kinder hat, sie hat und sie hat und sie hat sie und sie hat sie verplaciert. Welche Lande ist das Prinzip für ihre Kinder ist da Das macht er größter nach. So, so. Ich will dich ein bisschen aufprassen. Ich habe gefragt, sei er an eine Marikansierte question. Als religiöse Menschen heimschieden, der schaal ist nicht die Kontribusen zu lassen, über Nationalismus, zumindest in Röwe-Judäismus, in der Schweiz. Die moere, du kannst mich mit Spallazam beschlagen. Oh, so. Ich habe mich mit mir. Ich sage nicht. Ich sage nicht, Trump ist Präsident, nicht Biden. So die ganze Sache, wo ist man los? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, was man los ist, wo ist die Teure, wo ist die Jüdischkeit, wo ist die Mediz, wo ist die Values, werden die Kinder, oder die Kinder. Das ist die echte Frage. Das ist die echte Frage, die man sich fragt. Das ist nicht die Frage. Das ist nicht das Punkt. In terms of die Lande, von Amerika, wie wir sind in Amerika, die kiegt das um von der Perspektive, weil die aus dann Perspektive auf die Politik und auf die Politik. Von welge Perspektive? das ist die Opinion für die Heime-Shahid und für die Viewer-Shahid. Das ist die Perspektive. Das ist die Oligarchie. Das ist die Oligarchie. Das ist ja so. Aber du sagst auch Menschen, die Menschen sagten, sie sollten sie mit meiner Musik verhalten. Das ist die Frage. Die Frage kommt aus einer Perspektive auf der Haus. Das ist die Perspektive falsch. Ich verstehe mich zu lernen. Nein, ich muss jetzt sagen, das ist die Devils-Eutikate. Ich komme zu dem Punkt. Wie würde ich wissen, und wie würde ich es definieren? Das Definition ist das Ergebnis von der Perspektive. Und wenn es die Perspektive ist, wenn es eine Seite ist, das 6 von dieser Seite ist, dann ist das 9 von dieser Seite. Das ist das 9 von dieser Seite. Und wie es dann geht, ist in der big scheme of things, whether die Kikstasun von einer jüdischen und jüdischen Perspektive als Leif Surum, Moloch und Biad Hashem, die darfst du in Stadlunas, in Askunas, in Tvila, in 10 Euro part. Aber wenn es nicht ist, der Outcome ist, so why bother? Das ist wirklich was es. Das ist eine interessante Sache. Menschen meinen, dass sie über die Politik nicht unterschiedlich sind. Das ist unterschiedlich in Politik. Oder aber. Geh raus. Ich frage dich noch über die Menschen, was da waren, in Bavrumiak, in Horowitz, in Chikov, Mellitz, oder was da waren, in der Spiegel in der Hemdstead, in der Zwischenzeit, Wenn du, ich kippe noch in da waren, oder in der Kiddich, wie selten man redet Politik. Man redet national politics, es ist wie gesagt, bei uns in Konen, das ist nicht du. Das sieht mich einfach nicht. Nicht weil es nicht interessant ist, nicht weil es nicht colorful ist. Politik, es ist echt, es interessiert mich nicht. Und I know it's funny, weil ich habe 15, ungehebte Schrauben berufen und, as we speak, habe ich noch als, ein Podcast, so to speak, eigenes Aufkommen Wasser. Und das goes on, aber ich schreibe schon bald 25 Jahre. Ich mag nicht die Politik selbst, ich mag die Politik von Politik. Ich mag die manoeuvring. Ich arbeite auf, ich sage, political campaigns. Again, also strategist, mit expertise in, in marketing, in publicity, und das sind cool. So, ich mag die, die manoeuvring, also auch die Politik von Politik. Die Strategie. Die Mahalig, die Move, jenige Team Ds, jenige Team Ds, jenige Team Ds, jenige Team Ds, und auch mit den Juren, weil sie das Koenensparte macht, ich weiß, dass sie auch, dass sie auch, dass sie auch an der Koenensfronten, dass sie auch an der Businessfront, dass das Regierung matters. Die Politik matters. Und wenn ich auf der Tafel bin, dann sehen wir wieder, und ich weiß, was ich noch nicht sagen, und ich weiß, was der Frame zwischen den Rekordungen und 2? 2 Wochen nach Woche. Ja, nein, jetzt sind wir mehr, jetzt sind wir hübsch daheim. Das ist eine, jetzt sind wir mit den Zimmern, das ist rausgegangen. So, 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 ich verstehe the value of 一下, ich verstehe the need, whether, so, whether, so, so, ein COVID-19 policy that hosts COVID-19. To know what's going on, to have the numbers, to have a say in the media and in politics and policy, you can actually impact things. And I mentioned, a certain project and it needs someone in and out of government. Nishkan lobbyist. Lobbyist is I mentioned health pass on specific laws but public affairs, it's good that you have the experience and the relationships to be there and to help make a difference. When a man had a media crisis, again, in the healthcare industry, in the real estate, landlord tenants and sometimes a commercial type, sometimes a fellow, a fellow, a fellow. At the issue of scandal, real or fake, you're glad the maneuvering, what it takes, who's the information, who's the data, who's the data, who's the unknown, and then we're in the audience and who's the data, boom, that's what happened. So politics itself, it's not a matter of fact, and I can't see anything as a person. But I think it's really, it's not a matter of fact, but you know, it's important to register, to vote, to be involved, to be involved. You can't cancel these two things. Yeah, but I think it's not a matter of fact, it's not a matter of fact, it's not a matter of fact, You mean, you don't have a personal, and you don't have a personal and you don't have a right to win, and you don't have a right like, the feeling is, you guys, you're going to have a lot of love in the audience. So, so the feeling, again, when I get ready, I can get ready, entertaining, and also, be passionate, because I'm like, also, the maneuvering, I'm in the rims, so I'm excited, and sometimes, I'm asking, like, what do you think, 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 like, what passionate is, is, if you like what you do, you do it, and finish, and the feeling is, sometimes when, like, when I get the current events, it can impact, based on how much you got, it can impact, so, let me ask, Joe Biden, did I get the job? Was the fancy, I get the job? Let me ask, some name in the country, for one. So, again, they, 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 video, it's going to happen a few weeks, and I'm going to hold it, but, I'm going to say, 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 the kickstop foreign policy is a, or, complete disaster. Okay, so, let me say, foreign policy. So, we're, I'm going to say, I'm going to say, that it's going to happen, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, it's going to foreign policy, foreign policy is a disaster, whether, Medina is a, whether, Russia, China, North Korea, Iran, I'm not sure, every one has to feed, to the hand, this is, this is, this is, you want to start out, into the umbrella of life, so, so, if Trump was a land, it is, Von allein baut man Meurer. Weil es kein Lockdown ist, weil dieses Gehalt ist ein Stärkere Fälle, weil es noch ärger ist. Und jetzt steigt es dann auf das Tail-End von Apollos. Und noch die Inflation. Inflation, wir behalten jetzt. In den größten Inflation ist er auch gegangen. Inflation wächst noch alt, sehr schneller, wie es immer an den Trumpen gewesen ist. Und wir haben schon ein halbes Jahr, wie gut sie ist. Und nachher und nachher. Es ist auch da noch gefolgt, wie sie waren von der Inflation. Er war noch von der letzten Woche. Er war noch von der letzten Woche, wo sie sehtoß. Wie sie nicht so viel, wie sie nicht, es didn't rise oder es hat gedrabt. Er zoomte nicht raus von 15, 15, 20 Uhr zurück. Aber davon ist 15 Uhr zurück. Wenn du auf die Inflation, ein Jahr-over-Year-Change wächst, sie gewachsen mit 3%. Du wirst doch mal interessanter machen. Wie die Inflation ist jetzt compariert zu 24 Euro zurück. In dieser Zeit ist das größte Bild. Das ist so wie die Kickstarter. Die Karin ging nur für 70 bis 11 Mal pro Jahr. Wie viel in der Inflation? 10 Mal pro Jahr. Wie viel ist es dort? 13,5% mehr. Einmal nicht. Er ist doch begangen von 30, 50 bis 70. Die meisten denken, das ist schlecht, für 70 bis 11 ist schlecht. Er ging von 30, 50 bis 70. Er fuhr dich schon höher. Wenn die Inflation wächst. wenn die Inflation wächst, die kommt von dir. Die kommt von dir. Die kommt von dir. Ja. Das ist alles gemacht. Wenn die kijkt, die 24-month change. Ich kann doch jetzt ein bisschen visualisieren. Ich habe den Chart gemacht. Ich habe den Chart gemacht. Ich habe den Chart. Ich habe den Numbers. Die 24-month change in US-Inflation. In May, die Inflation ist höher, mit 7,5% compared sie zwei Jahre zurück in May. May auf 22. May auf 22. Jetzt, die darfst du gelesen, was das ist? Nein, das ist sehr pindlich. Du siehst, wie hörst du hier noch. Jetzt, kijk zurück auf die selbe Sache, geht zurück in May 2021. Die zweijährige change, geben wir weniger. In 2020, in 1918, in 1917, es geben wir noch weniger. So, so, they are lying to us. Sie suchen ins Links. Sie geben ins Numbers. Es geht noch besser. Die Propaganda geht so, wie geht. Und dann gibt es auch ein Rapport aus 16 Economists. Was ist das? Economist? S-T-S. So, Rosh Limbaugh vielleicht als so. Economists. Also S-T-S. Ja, ja. Ihr sagt, wer hat das alles gezogen. Ja, ja. So, es gibt uns 16 Nobelpreise-winning Economists. S-T-S. Um, I'm holding here, I'm a formerly nicotine-stained finger. Das sagt man, Snördli, did you, did you see this? Ich denke, das muss ich nicht mehr sagen. Ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe es in der Zeitung. Und er hat auch noch in Raffland. Und der wird auch in Raffland. Die Papiers nicht mehr sagen. Formally nicotine-stained fingers. Ich habe das mit der Kopie in meinem Xerox. Die missen? Was? Ich sage, man muss mich nicht mehr auf die Dekoll von der Zeitung. Ich habe es gelegt, als er hat sich gestert. Es ist die Rosh Limbaugh. Was ist das denn? Ja, es war schon Juren zurück. Aber anyway... Ich habe es mit der Linken, und dann frage mich, was ich da auf Raff Schlimbaugh. Was ist denn Raff Schlimbaugh so racist? Ich weiß nicht, wie ich gegeben habe. Ich kenne mich, als ich warte. Wie bin ich mit dem gekommen? Oh, es gab einen Rapport, dass 16 Economists haben gesagt, dass man nicht von Trump als Präsident kennt, weil die Inflation wieder schlecht wird. So lange man den Maslow-Präsidenten tut sich. Der Level der Propaganda. Inflation kann man noch stärker werden, als es gewachsen ist, wenn man unter Trump gewachsen kann. Wenn man die 24-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann-Mann. Das, was er redt nicht, das immer verzahlt nicht, das ist wirklich auch so schlecht. Das ist eine Sache. Das immer sucht nicht, als es ärger wie unter Trump, das ist eine zweite Sache. Das immer sucht nicht, als Trump es ärger ist noch ärger. Und was noch ärger ist, als eins von der 16 Economists ist der Mann von Janet Yellen, der Treasury Secretary von Amerika. Er legt die röse Zettel an eine Pinie, wegen... Die legt die röse. Dann bin ich bei. Das ist der Level of Propaganda, das arbeitet in real time. Nobody has a clue. Ich such mich in Spaladex. So, Bade, begann du eine von der Question ist, wie sie kennenzulernen sind, an den Linken mit den Medien, haben sie auch gehört, die, als zendliche Millionen Menschen, voten gegen ihre Interesse. Ja, aber ich bin sicher, als in einer certainen Bubble, tagen die Menschen verkeerd. Als eins, das auch mal will alle rein. Man, you gotta admit. so, 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 scientists, haben dich schon gewollt, behavioral experts, haben dich schon gewollt, explainern. So, so, haben generell eine differente Perspektive auf Sachen, wie der beste ist, seine Erfahrung, wie der beste ist, wie der Brain arbeitet. und so, wenn sie ganz am Tisch, er füllt auf dieselbe, er füllt auf dieselbe Information, er processet echt dieselbe Information. Die nächste Mal, wenn sie die Question, sie, sie hat seine Gassene Kleid, ist es gold oder blue, oder was. Und so, er merkt, ich fühle noch Frieden, in Moskau, hast du, wo sie schreien, hast du, wo sie getan, und seine Augen, generell, sie sagen anders. Es ist faszinend, again, also wie gesagt, ich lache, der Process, und ich nehme mich so, auch auf, statt zu so, weil bei einer, wenn er verzeilt, er macht, er geht, der Move ist eine Sache, aber wenn die nicht, die Propaganda, in die Machtmensch, der hohe Covid-19, gewisse Sachen, oder nicht, you're playing with lives. Meines ist das, dass man politisch ist eine Sache, aber wenn du eine Policy, der Impacts Lives, und sie sind liegend, und sie wissen, dass sie liegen, wird reißen sie auf dem Kopf. So, sie haben nicht, die country's best Interesse, wenn sie suchen, dass sie gar ein halbes Minimum Wage, ist das eine gute Sache? So, es ist eine interessante Frage, und sie haben eine Minimum Wage, und dann auch, jeder in die Praxis, oder, mit mehr Jobs, es ist geschehen, es ist geschehen, und nicht nur das, es geht auch noch weiter, sehr gut wie gesagt, sie haben eine Minimum Wage, sie haben eine Minimum Wage, und sie haben eine gewisse Ebene, und dann hat sie eine Lawless Immigration Policy, was bringt das an Menschen, was Impact, was Suppressed, bestimmte Industrie, die Pricing, so, da wissen wir, ob sie mehr zahlen, oder weniger, heute wissen wir, ob sie mehr zahlen, dass sie eine Chokung der Economy, von denen sie über die Arzt, oder die Merkel, sie haben zahlen mehr, und heute willst du weniger, was sie hat, die Minimum Wage, und nur die Frau, wo sie probieren, wie Companies, gehen von du, die machen strengere Environmental Policies, und dann machst du es schwer, für Companies zu produzieren, und du drückst dir aus, seine Jobs zu China, zu Mexiko, du weißt, also du in Mexiko, bollst mir gewisse Sachen, was du in Amerika, ich kann mich bauen, based auf Companies, ist down, ist down, ist down the river, the other side of the border, und verbruchst kann man nicht so, wegen der DEI, wie heißt die Government Agency, die von der, Environmental Protection, DEP, ja, wie ist das nochmal? Department of Environmental Protection, ja, sei, wie viele, wie viele Businesses und Regulations, da waren von der Aufmerkante, wir können mich bauen, wir können mich machen, und Sachen machen, man sucht, das hangt, der Ramp, der Proof für ein Ramp, für ein Handicap, für ein Handicap, und dann bleibt sie bekommen, wie lange sie gewinnen, die von Empire State Building, wenn sie gewinnen, die von Empire State Building, die Ratschen geduld sind, trefft mich an, und wie ist es möglich, wenn sie gewinnen, die von Empire State Building, und so, ich kann mich nicht sagen, das weiß wie viele Menschen, die sind gestorben, dann können sie die Numbers auch so sehen, die sind eine von den Sachen, wie sie können sich halt stehen, und die Schappers, muss man sich nicht kennen, aber die Schappers kommen, dann kommen sie raus, noch wieder die Keester, ja, ja, weil wir uns gehen, schicken, wenn ich nicht mehr, oder in Twilomäusch in generell. Da haben wir uns auf der Maske gewählt. Ja, so... Nächten fragt mir einer, von wem darf man wohnen und wie wohnen. Das ist interessant. Schau mal, das ist ein Mensch. Der hat sich mit der Sache gekämpft und der weiß alles. Und wie das wohnen, das weißt du nicht? So, ähm... Leine und eine, ich weiß gar nicht, was du gewollt hast. Oh, ich weiß, wie Menschen sind gestorben, und das ist gut. So, die Regierung hat eine Rolle, für die basic Wellbeing für Menschen. Aber es ist halt aber eine Art, die, also habe ich gesagt, die Applikation von der Rampment Linken mit der Empire State Building Alliance. Jutsef sei da beschoeren. Ja, so, wie dreist du am Kap. Wir kennen so nicht vier in der Land. Wir kennen ja, siehstig sind vierzig. Vierzig ist dann. Und sind wir da ein bisschen weg von der dritte Weltmüllung. Und kiek, wir sind hier eine Sneakie. Und mit dieser Reikster, kann ich das ausmachen? Nein, aber ich kann ein Bewusstsein bringen, und ich weiß. Und wie soll das ein Mensch sagen? Und wie soll das ein Mensch sagen? Ich will, ein Mensch soll sehen, als er, als er ist driven bei der Mediennarrative, und er hat nicht keine echte eigene Opinion. Wenn einer der größere Fan von Minimum Wage ist, wir fragen ihn mal, wo ist die Minimum Wage? Das ist auch 25.000 Dollar. Ich mag Minimum Wage 50 Dollar als schoen. Oh, das ist die joke. Wir haben gesagt, in 2007, der Federal Minimum Wage aufgingen, in 2007, in 2007, in 2007, in 2010, in 2010, in 2015, Menschen haben gefragt, wie viel das zusammen ist? Wenn ich nicht in die Kalifornien und die Restaurantarbeiter bauen will, wenn wir eine bestimmte Zahl von Minimum Wage 20 Dollar haben, und was geschieht, wenn wir mit Kiosk, Checkout Kiosk, gehen wir nach hinten hin. Das ist die Frage, wenn wir weiniger von den nicht gewähnten Kiosk das ist nicht der Punkt. Das ist die Frage. 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 Ja, genau. In den Kalifornien ist das eine gute Sample, wie man sieht, jetzt, als sie dort pushen, die Gitte Karte, die nimmt nur Elektrik, und sie treffen sich mit der Lachen. Sie haben nicht kein Geld für die Taxes, von der Gas. Von der Gas. Jeder drei Mal. Ja. Verstehen wir kennen dich aus ihr Leben. Lernen dich von deinen Mistaken. Geht meine Macht aus. Ja, aber wenn es auch ein Mensch über die Mistaken der Polizien gibt es die Perspektive, was er meint, der meint die Gitzkarte von der Zivre. Sie sind nicht. Sie sind ideologisch. Sie gewinnen Socialisten und Communisten für Jahre. Wo ist man in Amerika wenn du filmst mit Menschen die selben Mahalachmachschub haben? Wo ist das halt? Ja, du bist so ein Communist. Aber Bernie Sanders ist ein Communist. Aber das ist nicht wirklich Bernie. Wenn du Menschen auf die Risiken für den Namen sei, sind ein Socialist, sind ein Communist. John Brennan, Klappe und alle anderen. Menschen behaupten, dass du Menschen wirst, dass sie ein authoritarianes Regierung sein wollen. Die suchen etwas gegen die Oligarchie, die powers that be. Sie haben eine Krassung. Heute gibt es die effekte die schädige Menschen. Implement change. Ja, ISIS in Amerika. Das ist eine kleine Konzept. Das ist eine kleine in die Richtung gehen. Auch wenn du die lehnen, den Problem haben, den Menschen auch nicht geplant. Du wirst nicht mehr aussehen. Ich meine, du bist auch nicht in Amerika, die beautiful oder so. Du bist auch nicht in Amerika, die Theorie, Amerika, die Konzept. Was sagt Menschen? Sie halten es. Wie lange gewöhnlich läuft man das? Es ist unabhängig, dass du da gesagt hast, es ist unkannkontrolle, es ist gegangen und an einem Punkt habe ich noch gefragt, wie sie vermacht werden, wie sie enden gehen. Man kann nicht sagen, das geht natürlich auch mal aussehen. Weil ich halt, wenn ich einen Tragen mache, in einem Podcast, nur kann ich kein Geduld sein, das ist schwer. Das ist nicht so schwer. Ich glaube. Das ist ein Produziger Berisch. Er ist unabhängig? Kannst du als ein Competition? Nein, ich push ihn gerade als 8-Companies, fragen mich, was er macht. Was darf man auf die Set, warum Berisch? Kannst du das treffen als Studio? Berisch, wie viel? Kannst du das treffen? Kannst du das Equipment? Kannst du das Package treffen? Kannst du die Lights mit den Headphones und die Microphones? Alles, was du zu Hause machst? Alles. Wir sind gerade eingeladen, wir stehen 30, 40 Jahre, um uns zu haben, die Branding, die Nummer und die ganze... Ich habe mir gedacht, ich habe mich gehalten. Ich habe mich gehalten, ich habe mich gehalten. Ich versuche es zu machen... Ein Podcast? Ich versuche es zu machen, ich treffe ihn gerade eine ganze Zeit. Nein, nein, nein. Ich versuche es zu machen, ich versuche es zu machen, es ist noch nicht einfach. weil ich weiß, es braucht mehr Zeit, mehr Commitment, wir kommen mit denouden an uns zu machen. Ja, das ist es. Ich versuche es, sie kennen sie interessante, Raffi, sie kennen sie interessant, Es gibt 20-25 Minuten spezielle Themen, und das ist auch alles gemacht von jedem. Es macht mehr Sinn für jemanden, wie die Brand, die sich entwickelt, in der Arbeit, wie sie. Also ich bin ein Kommentarer, die Menschen wollen wissen, die Menschen wollen hören. Das tut man nicht. Das tut man nicht. Das tut man nicht. Man kann nicht reden von den current events, von der Business-Community, aber es ist einfach auf eine steady basis. Das ist gut. Auf den Minuten, ich warte nicht, dass die Preise ist. Ja, geht nicht, geht nicht. Jetzt ist es vorbei. Anyway, ich freue mich für die Zuschauer, für die Ausreden und die Ausreden. Ich freue mich für dich, Josip, von der Zeit, und du weißt mal, du bist ein busy Mensch. Ich freue mich nicht. Wir sind auch busy. Das ist das Schedule. Das ist das Schedule. Das ist das Schedule. Das ist das Schedule. Ich möchte mich bedanken, für dich zu kommen. Und jetzt kommen wir zu sehen, das ist die ganze Welt. Ich muss sehen beide, ich habe keine Noten. Ich habe keine Noten. Was machen wir? Zoom? Ich habe keine Noten. Ich habe keine Noten. Das ist wichtig. Wie sieht man aus? Oh, es ist immer gedreht. Du bist jetzt auf der Schmai. Ich meine, es wäre eine Balmarnie, es wäre eine Sänger. Die singe auf Kasach. Die bist... Die... Ja. Das Schale ist doch nicht, wenn du einen Schuh mit einem Schuh halb und du wirst, du wirst, du wirst nicht, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, du wirst, und du wirst, Und dies ist in der Podcast. Und dies ist in der Podcast.